Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Simulatoren Let's Play. Heute in OMSI 2 der Omnibus Simulator. Wir befinden uns hier auf der Karte Dalmatia Fiktional, eine Fiktionale Card, wie schon der Name sagt. Und ja, wir stehen hier in Primosten an der Küste von Kroatien mit einem Cetra S319UL im passenden Autobus Promet Primosten Repaint. Wir fahren heute die Linie 10 von Primosten nach Salingrad. Da muss ich nur noch kurz den Barplan auswählen und die Hilfspeile. Und dann starten wir schon den Push. Mit Office-Huntpack. So. Gehen wir kurz die Linie ein. 0, 10, 0, 0 und Route 1. Genau. Wir fahren also vom Primosten los bis nach Salingrad. Das ist ungefähr eine 40-minütige Route. Ja. Gut. Wir fahren auch mal vor. Und dann müssen wir noch mal zurück. Da ist die Linie ein. Und dann müssen wir nochmal zurück. Das ist die Linie ein. Das ist die Linie ein. Hallo. 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 Ich hätte gerne auch eine Frage. Eine Nummer. Hallo. 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 Danke. Hallo. 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 Danke. Noch mal normal. Das ist eine kleine Fahrkarte mit einem normalen Fahrkarten. Ja. Das ist ein Kur inch. Eine normale Fahrkarte, die kaufen eine normale Fahrkarte, das sind ja zwei Kuna, das ist ja nur fünf, hallo, einen normalen Fahrschein bitte, nochmal normalen Fahrschein, danke, nochmal normalen Fahrschein, noch einmal normalen, die kaufen eine normale Fahrschein, danke schön. So, haben wir, sind alle drin, ja, perfekt. Oh, ich bin nicht hier, ich bin nicht hier, ich bin nicht hier, ich bin nicht hier. Gut, bis später, bis später, bis später. Bis später. gut, da ist die 11.29 Uhr ich würde sagen, fahren wir schon mal los, weil vielleicht klingt noch Erspätung ja, tut mir leid, aber das bin ich, das sind die Strasse ich finde sie nicht so gut wenn sie aus dem Fenster schauen, können sie selber die Strasse bewundern da werden sie genau sehen, dass die Strasse nicht sehr gut im Stand sind Hallo, ich hätte gerne einen normalen Fahrschein und es geht wieder los die normalen Fahrscheine flattern dahin Hallo einen Fahrschein bitte noch einmal einen Fahrschein so so nein so einen normalen Fahrschein noch einen normalen Fahrschein ich hätte gerne eine normale Fahrkarte gerne gerne danke da da Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir müssen nach links Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und der ist auch nur mit dem... Ah, der Franzocker Seetrasse kommt mit dem Passbuch rein. Und dann war es ja keine schlechte Wahl, da ich den Seetrappen genommen habe. Wusste ich gar nicht, dass ihr Seetrasse gegen den Verkehr fahren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nr. Im Fischer Untertitelung des ZDF, 2020 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 Eigentlich gibt es 3 hinten auf der Karte, außerdem habe ich jetzt im Fahrplan nur eine und zwar die 10, es gibt noch die 11 und die 12, aber ich fand ja ein anderer Traum. So, dann lagen wir endlich mal wieder eine Haltestelle. Hallo. Guten Tag. Eine Fahrkarte bitte. Oh, jetzt geht weiter mit dem Fahrkarten. Dankeschön. Bitteschön. Schönen Tag. Noch einmal normal. Danke. Hallo bitte. Eine Fahrkarte bitte. Hallo. Einmal normal. Normal. Danke. Bitte. Oh, ein nicht fertig gebautes Haus. Du hast hier in die H Exhale. Und jetzt ist es zuen. Wie geht es nach der Hälfte der Hälfte des Herzens? So, ich sehe gleich sehr viel. Das ist schon mal wie ich Documentation habe. Und wir gehen nach Deinster Drive. Und wir gehen hier nach. Und wir gehen nach weiter. Und wir gehen nach Deinster Drive. Schönen Sieden. Damit wir in die Hälfte des Herzens waren. Wieder die Ina Tankstelle, tanken müssen wir aber nicht, sogar mit Scania entwiesen. Da haben wir wieder. Das ist ein Kühler, das ist ein Kühler, das ist ein Kühler. Es war 80, mein Gas. Wir wollen wieder aufholen. Was fliegt denn da oben? Okay. Irgendwie eine Halle oder so. Wir kommen in den städtischen, beziehungsweise eher dörfischen Bereich. Das ist auf jeden Fall noch nicht sehr lecker. Gar ein Lidl gibt es hier. Aber ich glaube, Lidl war da keiner. Ich glaube, der Lidl schwebt in der Luft. Oh, so kann ich die Lidl hier fähren. Der ist schön gebaut. Oh Gott, lasst euch rein. Oh, aufpassen liebe Leute. Danke. Bleib einfach mal so stehen. Wird schon passen hier. Hallo. 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 Schon wieder ein Normalpass an. Hallo. Hallo. Lauter Schott. Einmal Normal bitte. Nochmal Normal. Danke. Bitteschön. Eine Packarte bitte. Guckt jetzt einfach schon weiter aus. Danke. Einen Normalpass an bitte. Bitte entnehmen Sie. Eine Packarte bitte. Bitte sehr. Ja. Danke. Gut. Weiter geht's. Gut gefüllt. Und jetzt wohin? Ah, die Falle habe ich ausgeschaltet. Ähm. Zellengrat. Riemostensplit. Nein, wir müssen nach Zellengrat. Also darüber. Gut. Gut. Also das hier schon schön gebaut. Mit der Burg da oben. Da hätte man vielleicht noch etwas hinsetzen können. Auch sonst schön. Das ist schön. Das ist sinnvoll. Es ist schön. Und da ist gleich ein Ding. Es geht wieder auf. Oh ne, nicht schon wieder so eine Kurve. Oh Gott. Das ist ja das reinste Kurvenparadies und das wusste ich doch, das ist der Lidl, der Lidl schwebt in der Luft, wer kennt es nicht, der schwebende Lidl. Oh Gott. 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 Hier können wir auch gleich sehen. Das ist bestimmt mehr als einer, was schon passiert ist, obwohl jemand darunter gestürzt ist. Jetzt kann man es doch schalten, hier ist der Dank. Dank. Was geht hier? Das ist ja unglaublich. Das ist ja nicht wunderbar. Vielen Dank. Das Blut. 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 Einmal. Einmal. Sieht. Oh ne, nicht schon wieder zu eng. Bitte warten, nicht fahren. Dankeschön. Sehr freundlich von Ihnen. Oh Gott. Lass sich die erst mal fahren. Lass mich hier alle fahren. Oh ne, nur kurz ein paar Jahre alt sind. Ja, nur kurz ein paar Jahre alt sind. Ja, muss man schaffen. Ich bin wie sie durch. No, kommt ein paar. Bleib. Bleib. Danke. Bleib stehen, Dankeschön. Sie wollen mich jetzt mal mit Dossheim. Ich muss ja nicht so früh gucken, wie das sind. Wow. Zehn Minuten? Nein, wir haben... Warte, schau mal. Wir haben sogar Verspätung. Und ich bin sogar nur eine Minute früher losgefahren. Naja, aber wenn wir... Wenn es jetzt 12 Uhr ist. Und ich um 11.56 Uhr bei der Hardestand, dann ist es jetzt 4 Minuten. Nicht 6 Minuten. Ja, aber wenn wir... ... 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